ähm okay gut zu wissen denke ich ähm Javik wo ist Javik das gefällt mir nicht weg Mannschafts- was das muss ich sehen nein das nicht das ist hier drüben oder ne das ist live sofort hä ja So, Prothean, huh? Yes. You guys like to drink, booze it up? No. Okay. What about gambling? Play cards? Games of chance were punishable by death in the Empire. Oh, sure. Sure. That seems... reasonable. Okay. So, smoking. You ever do that? Only when my armor became inflamed. Right. Yeah, smoking. I get it. So, jokes then. You got jokes, all right? You got any good ones? No. Yes. Give them to me. The Tulumorian spy entered the enemy's camp and said to the Vankshir, I didn't know your Parnaps could glow. Um... That was the joke. Ha! 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 All right. Yeah. I get it. Yeah. That was a good one. No, it wasn't. I just made it up. The joke is now on you, human. You will believe anything. Dark Love? Was? Was? You took a great risk in allowing a machine access to your mind, Commander. What if they had infected you? Yeah, good. Das wird... Nein. I find using my Biotics to toss someone across the room is a decent attention grabber. Yes, but it's also a good way to draw enemy fire. Well, you can handle yourself in a fight now, Lyara. I mean, not that your Biotics weren't impressive the first time we met. I have had my fair share of opportunities to use them these past few years. Well, I'm glad you got through in one piece. Sounds like you have a few stories to tell. Irgendwas sinnvolleres? Okay, Grunt kann sich offenbar behaupten. Das ist doch gut zu wissen. Waffenschadensbos... Waffenschaden, hallo? Natürlich. Das ist nicht so, als hätten wir... Wir haben hier keine Schildprobleme. Kräfschaden... Nee. Ja, komm. Absintheit der Kräfte ist eh schon heftig. Ladenrabatt-Bonus. Wo ist das Facedon? Nicht hier? Das ist irgendein... Müsst du eigentlich was... Müsst du eigentlich was... Zip it... Nein. Modelle des Gaffjägers. Modelle des Lebensschiffs. Ja, bitte. Irgendwie... Waffen-Upgrades hier. Wollte schon sagen, das ist doch ein komisches... Müsst du mir nicht sonst. Facedon. 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 Was? Wieso? Hä? Ach, weil ich gerade in dieser Mission war. Weil der Rest ist so geblieben, wie er ist, oder? Ja, das sieht korrekt aus. Ja, das alte Maschine-upgrade-code. Wir können keine Geht-segurte. Du bist schade? Du kennst deine Grenzen. Ich glaube, ich bin mehr schade, dass du mir nicht über die Aufgräte sagst. Du warst von unserer Recohreinung von Geht-intelligenzen aus dem Server. Aber diese Sache ist anders. Personal. Du warst. Schade. Schade ist eine Emotionale oder Cognitive response zu Gesellschaften judgment. Es sollte hier nicht funktionieren. Ich bin auf deinem Seite, Legion. Ich will helfen deine Leute. Wir wollten nicht aufgrund der Angelegenheit machen. Wie haben wir hier gemacht? Die Geht sind besser als das. Nein. Based auf Empirical evidence, sie sind nicht. Ja. Proceed to the upper entrance. We will exit here and procure an escape vehicle. Got it. Legion, good luck. Acknowledged. I can't believe it. I don't think it's really sunk in yet. The home world. My world. Look at the sky. And the rock formations. They used to write poems about them. Und sie werden es wieder tun. When we're done, maybe you'll write a new one. This is Rannok. The world of our ancestors. Our bodies carried the seeds that spread the desert grass. You've heard me say, Kielasalai. The best translation I can come up with is, by the home world I hope to see someday. Looks like you're seeing it today. The living room window will be right here. Something I should know? I just claimed the land. I know it doesn't mean much. But when this is over, I'll have a home. The quarians spent centuries as nomads. You think you can go back to living in one place? We have gotten used to carrying our homes around with us. Well, that's a start. Oh, hi. Okay. Okay. Man, charge doch. Stört das auch meine Tastatur? Du musst auf die Oberfläche, bevor Geth-units fortifyen ihre Positionen. Wir sind auf der Weg. Admiral Garrel hier. Die Heavy-Fleet hat eine gewisse Weg. All forward. Geth-Fighter presence ist negligible. Patrol-Fleet, break Cover and engage. Das nehmen wir mit. 651-Azure Shephyrk Commander Hostile Gap, they're closing a blast shield over the base Ja gut, hör einfach auf zu reden. Ja gut, hör einfach auf der Seite. Ja gut, hör einfach auf. Gut, ja, kümmern wir uns mal hier um die Geff. Ja gut, hör einfach auf. Ja, lass mal kommen. Ja gut, hör einfach auf. Gareth, was machst du? Ja gut, hör einfach auf. 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 Das ist nicht nur ein Zorn. Ja gut. Was war dann der Sinn der Bunkertür? Ja gut, hör einfach auf. Ja gut. Ja gut, hör einfach auf. 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 Oh Knack ummmmm Das war's. Das war's. Helfen Sie uns zu verstehen.